Also wir brauchen mindestens drei oben, mindestens. Passi, ich geh trotzdem erstmal nach ganz außen. Ich stell mich hinten auf die Railing von der Schlange und schießt über die weiße Kiste drüber. Ja, nur wirf einmal einen Blick in die Mitte. Ja, da geh ich jetzt auch direkt hin, bloß nur über einen Blick. Ja, ne, klar. Ich weiß nicht, ob sie mal nach außen kommen oder nicht. Kommt eine Drehrunde, hab ich. Zwei oben. Einer down? Ja, ich hab beide. Oder einen. Da ist noch einer. Einer nach am Leben, wieder zwei. Einer hab ich. Danke. Wir werden uns wahrscheinlich mehr über außen pushen, oder? Nein. Einen hab ich. Die snipen von außen rein. Jetzt rennen nicht alle von hier oben weg. Nein, genau. Die sind oben hinten auf der Rückseite von dem Stein, die snipen rein. Bei B aber. Ja, von B. Hat mich, ey. Ja, dann scheißt auf B. Ja, klar. Unten im Tunnel ist einer. Ja, die laufen durch die Red Zone, aber gut. Seitentreppe kommt gleich. Geh, in der Treppe. Auf dem Hügel, Zweifer bei denen. Stimmt nicht weit links außen ist der. Weifer. Ab mich. Komm, entschuldig. Boah. Ab den Red Zone Runner. Da. Oh, da war doch weiter der. Ich spiel doch ESL, dachte ich. Viper down. In der ESL. In der ESL. In der ESL. Ja, bei Red Zone Run darfst du ja trotzdem nicht in der ESL, oder? Ja. Ja, also. Was ist denn das, bitte? Jetzt kommen sie hier zu mir. Du bist du? Ja, warte, warte. Da. Und ich bin jetzt auch fertig. Jetzt rennt nicht alle runter. Wir sind ja noch zu zweit oben. Ja, ja. Wenn wir zu oben richtig pushen, haben wir ein Problem. Ich muss da jetzt sowieso raus. Oben kommt Seitenkreppe, Seitenkreppe. Oben Seitenkreppe. Also liegen lassen. Lass ihn liegen lassen, lass ihn. Er hat doch keiner. Ja. Einer, einer lebt. Ich geh wieder auf meinen Boden. Wenn die anderen nachbauen. Ich geh wieder runter. Bitte Tunnel. Die kommen oben rum. Hier. Wo? Hä? Achso, da. Wow. Ah, da kommt. Und ich bin tot durch das Fass. Setz mich mal ein, bitte. Kommt, kommt, kommt. Ball ist in rechts. Oh, zwei schon rechts. Ja. Oh, schon wieder down. Ich auch. Sag Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht oben. Ja, die kommen oben mit Smogs. Die sind zu viert schon. Die sind weniger. Seid ihr voll? Sind schon durch. Jo. Oh Mann, ist schon durchgesprungen. Ich hab gemisst, es sind alle oben. Ab dem. Links, links. Links von den Kisten sind auch. Also rechts von den Weißen. Oh, der ist nicht schön. Hat mich auch rechts. Rechts steht noch einer. Noch einer rechts. Noch einer rechts. 2 gegen 2 da für euch. Du kommst, noch 2 einmal rechts vorne. Links, 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 links. Ab dem. Hab den. Noch einer, da war noch einer. Ja, wenn da 2 war. Oh, da waren sie 2. Oh. Leute, ich hab ihn nicht getroffen. Der schießt durch den Spalt durch. Alle 4 jetzt. Zweimal nur noch von uns. Kingpin und Lieber. Bleibt am Leben. Alle da auf einem Fleck. 2 gegen 4. Oh. Ach, nee, Scheiße. Lass mich spawnen. Ich geh, es kommt von hinten. Lethen. 3 Leben. Hab mich. Oh, Scheiße, das war der doofe Lethen. Bleibt am Leben. Lasst ihn nicht an die Bombe ran. Gibt uns 2. Nein. Keiner ist an der Bombe. Ey, sauber. Wir sind oben irgendwo. Einer ist da oben. Von hinten. Oh, Scheiße. Einer ist seit die Treppe. Bombe. Einer lebt. 2 gegen 2. 2 gegen 2. 2 gegen 2. 2 gegen 2. 2 gegen 1. Einer. 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 Neiner. Einer. 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 Der kommt hinter euch. Einer. Der liegt da Cats Johnson. 석 Das bedeutet. Einer. compress. glykaw. EinerI. Wir müssen sowieso jetzt über die, nicht über diese B, sondern über die nächste B wollen wir entscheiden. Genau. Ich geh mal außen und versuch mal zu hinterlaufen. Oro, bleibst du mit außen? Ja, ich bin mit außen. Ja, meine Kugeln gehen halt einfach links und rechts von dem Kamin vorbei. Einer kommt außen, Oro, der ist oben an dem Kamin. Ach, links der Sniper, links vom Berg. Ja, ich werde dich nicht retten können. Ne, ne, lass mal. Die rennen auch bei mir, die rennen auch über mir rum, zumindest ist einer. Ja, Sniper ist das. Die sind doch schon in diesem Mittelraum. Auch, komm, drinnen. Right, baby, ist das noch. Und rechts irgendwo? Hast du hier? Ja, hab ich. Da kommt noch was. Ja, links, 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 links. Einer lebt. Zwei leben. Zwei. Wieso außen? Bist du an der Leiter? Nee, ich gehe da wieder hin. Ja, unten an der Leiter waren welche außen. Könnten links kommen, über die Küche. Einer ist markiert, guck mal, Map, der geht links außen, ganz weit. Jo. Das wird der Sniper sein. Kommt einer durch die Waschküche. Auf dem Hügel. Außen. Hat aber nur noch 23, der wird sich heilen jetzt. Den auf dem Hügel habe ich. Noch einer. Den habe ich. Da ist noch was drin. Sniper habe ich auch. Sauber. Außen müsste relativ frei sein. Einer lebt. Der müsste innen sein, vermute ich. Ja, alle down. Sehr schön. So, jetzt ist ja keine Red Zone. Oh, der Mittelgang bei denen. Schade. Ach, es wäre so schön gewesen. Hey, wie können die mich? Naja, egal. Ich reg mich nicht aus. Außen. Ja, drei Leute. Zwei Leute oder drei Leute außen. Oh, die Hilfe. Einen davon habe ich. Keller. Hab ich. Der Mutzi ist auch noch da. Oh, der Sniper hat es auf mich abgesehen. Wo ist er? Der Sniper ist direkt vor mir. Direkt vor mir. Unter dir. Vibe gewesen sein. Ja. Konzentriert dieses Einsatz. Ziel zu verteidigen. 20 Tickets noch. Ihr macht außen recht. Geh mal mit nach innen. Da wird irgendwie nach innen. Rechte Seite. Zwei Mann. Beide down. Noch ein dritter. Hat der M-Razor down. Ich bin hier. Hab gefehlt. Das ist noch einer. Da hat mich. LVP. Sauber. Ja, hab ich. Aber da ist noch einer. Oh, der Sniper kommt außen. Kingpin. Vorsicht. Nur ein Totzer. Ich muss nach. Zwei kommen. Zwei kommen wahrscheinlich außen. Ähm. Irgendeiner nachgespawnd. Ja. Bei dir. Außen noch einer. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Da ist noch einer. Okay, sauber. Irgendwo war ja noch einer. Ja. Ja. Einfach. Hab ich. Ach, nee. So, jetzt hab ich. Ja. Vibe. Alle tot. So, Respawn. Oh, kann man halt auch. Aber wahrscheinlich hätten. Dich die Leute selber benutzen. Äh, Tony Rutto kommt von denen. Oh, scheiße. Ich bin tot. Ich auch. Okay. Außen rennt einer weiter. Alle. Zwei. Alle. Nee, nee, nee. Zwei kommen außen. Die anderen sind reingegangen. Okay, dann sind sie von außen alle gespawnt. Ja. Kurze Zeit, ich nehme mich alle gesehen. Ja. Habt ihr? Nee. Kommt noch einer. Es waren zwei. Es waren zwei außen. Ich hab einen ingekillt. Was bleibt ihr hier? Ich hab dann mal ne Smoke. Der ist oben. Nein, einer ist innen durch vom Nachladen. Scheiße. Oh, der hat mich scheiße. Da ist noch einer am Berg außen. Der ist schon durch. Ach, Susu jump wieder so einer. Ja. Bombe außen. Hat mich. Mitte Gang. Jetzt kommt er. Hat mich. Nein, meine Muni war leer, Mann. Eine Bombe gleich. War ein Matsch aufs. Scheiße, scheiße, doch weh. Ich hab den. Ich lebe nur zwei. Ich lebe nur zwei. Hat mich. Ach, kacke. Und, Ed? Leben immer noch. Nur zwei. Hier sind drei wieder. Gegen drei. Gegen vier. Mitte nach Alpha. Also Feuergang auf die Feuerwehr, Alter. Boah, ich hab den nicht. Hast du auch einen? Ran, 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 ran. Aua. Zwei leben. Zwei leben. Über mir bitte decken. Über mir decken. Nae, komm, Feuergang, Feuergang, Feuergang. Hab ich, hab ich Feuergang. Einer lebt. Zweileben. Küche. In der Küche waren sie alle. Zwei noch. Einer, ja. Was? Hab einen. Was? Ich war hinter der Ecke, Mann. Sorry, habt ihr die in der Küche? Ja, da ist noch einer. Küche ist einer. Einen hab ich, aber einer noch. Noch einen. Zweileben noch. Ich hab noch einen. Einer lebt noch. Einer lebt. Einer lebt. Küche, invade Nate hinten. Boah, immer noch in der Küche. Kacke, hab ich nicht gesehen. Der ist immer noch Küche, ja. Einer ist der letzte. Ne, vier leben. Oh ja, die sind. Ja, das war sie. Ja, nice. Wuhu.